Hallo miteinander, heute bin ich mit dem Velo um den Weg in den Allersee gefahren und dabei ist etwas schief gegangen. Ich habe eine Fahrradhalterung für DJI Osmo Pocket gekauft und wollte das einfach mal ausprobieren. Leider ist das Ganze nicht so gut gegangen und hat nicht so gut funktioniert, wie ich gedacht habe. Aber ich zeige es euch jetzt trotzdem. So, hier haben wir das Beispiel, das ich vorhin erwähnt habe. Es sieht einfach schrecklich aus. Ich wollte es trotzdem mal zeigen, weil es nicht immer so läuft, wie man denkt. Nach diesem Clip gibt es noch ein paar gute Aufnahmen mit den Osmo Pocket auf der Velohalterung und dann kommen ganz schöne, coole, epische, geile Drohnenaufnahmen. Ja. Ich habe gerade noch etwas gesehen und eine Lochquelle. Mal schauen, was das ist. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020